Moin! Willkommen in Hamburg, am Köhlfleddamm. Wir stehen hier nahe am Eurogate-Container-Terminal Hamburg. Am 16. September 2023 war Tag der Schiene. Aus diesem Anlass fanden in ganz Deutschland zahlreiche Veranstaltungen rund um die Eisenbahn statt. Sie dienten einerseits dem Ziel, die Eisenbahn bekannter zu machen, und andererseits dem Ziel, Personal für Berufe rund um die Eisenbahn zu gewinnen. Im Hamburger Hafen war vom 15. bis 17. September eine Ferkeltaxe unterwegs, also ein Triebwagen der ehemaligen Baureihe VT 2.09 der Deutschen Reichsbahn. Heute gehört dieses Fahrzeug der Erfurter Bahnservice GmbH, EBS, und trägt dort die Betriebsnummer 772 345. Malby USA Anger die acroniempored Er war nicht verlaget, sondern wir hatten fast die Replion von MESI, остäme Du ich Das war's für heute. Der Triebwagen fuhr im Auftrag der Metrans. Metrans ist ein tschechisches Eisenbahnunternehmen, das Güterverkehr betreibt und der Hamburger Hafen- und Lagerhaus AG gehört. Als nächstes sehen wir den Triebwagen, wie er unter der Dradenau-Brücke nach Süden fährt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es folgen Bilder vom lebhaften Güterverkehr zu den Terminals. In der Zwischenzeit ist die Schmutz-Liefer, der Schmutz-Fürger und der Schmutz-Liefer verbaut ist. WDR mediagroup GmbH Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Glück gehabt! Gerade im richtigen Moment fuhren unbeladene Wagen vorbei. Dieser Standort liegt weiter nördlich, nahe beim Seemannsclub Dugdalben an der Zellmannstraße. Die Gleise rechts führen im Bogen zum Eurogate-Container-Terminal. Die Gleise auf der linken Seite führen zum Container-Terminal Burchatkai. Musik Ihr seht nun noch mehr Aufnahmen vom Güterverkehr an dieser Stelle. Viel Spaß beim Ansehen! Musik 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 Norddeutscher Rundfunk 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 Vielen Dank.